Wir waren letztens auf Sardinien, um genau zu sein in Olbea und dort waren wir richtig lecker zu Abend essen. In diesem Restaurant kann man leckere Pizza essen, aber auch zahlreiche Fischgerichte. Julian hat sich für eine Pizza mit Salcice-Wurst entschieden und ich hatte Spaghetti mit Garnelen und leckerer Zucchini. Das Ganze haben wir uns dann erstmal schmecken lassen. Danach probierten wir natürlich auch Fischgerichte wie den Meeresfrüchte-Salat, dann noch leckere Meeresfrüchte, die frittiert wurden, ein Salat und eine platte Grillgemüse. Und was wir noch alles in unserem Sardinenurlaub gegessen haben, könnt ihr am Sonntag um 12 Uhr in unserem neuen YouTube-Video sehen. Bis zum nächsten Mal.